Wo endet das denn hier? Hier auf der Seite ist er noch ja nicht. Ich weiß gar nicht wo das hier endet. Irgendwo muss ich doch jetzt hier anfangen. Also im geschlossenen Kreislauf war es nicht wegen der einen Straße. Ich sehe es gerade. Hier ist noch einiges offen. Ich suche gerade hier einen Anfangspunkt. Vielleicht da hinten. Da ich hier keinen Anfangspunkt finde und das wahrscheinlich... werde ich jetzt einmal mal einen machen. Wenn man keinen Anfangspunkt findet bei Minecraft, weil das hier eine geschlossene Straße ist, werde ich einfach mal einen Anfangspunkt bestimmen, weil sonst tümpeln wir hier noch eine ganze Weile rum. Und ich habe ja schon den allergrößten Teil geschafft. Da bin ich echt zufrieden. Und ja, hier können zwei hin. Ja, die Laternen haben auch schon in den anderen Welten echt eine Menge Arbeit gemacht. Also ich war froh, wo die Dinge erledigt waren. Die komplette Vorbereitung, das war echt nicht...ja gut, das hat Spaß gemacht, weil man hatte was zu tun. Aber es hat sich hingezogen. Aber wenn das erledigt war, war die schwierigste Arbeit geschafft, quasi bei Minecraft. Straßen erstellen und Wege erstellen. Und dann ging es eigentlich an die Gebäude. Gut, hier waren die Gebäude schon vorgegeben durch irgendwelche coolen Dinge, die man so hinstellen konnte. Klar, manche Gebäude haben sich überarbeitet, wie ich ja schon einiges ausbessern musste, leider. Ach, die Feuerwehr ist heute unter Dauerbetrieb. Ich fühle mich wie damals in der Frankfurter Allee, Hauptstraße von Berlin, mit ständig Tatütata. Wirklich. Gut, irgendwann hat man es gar nicht mehr gehört. Da ging es dann doch nicht mal auf die Nerven. So. Hier und da. Und hier. So, dann ist es hier und da. Okay. Und hier. Na, ich kriege das irgendwie schon in mir. Ja, es wird wahrscheinlich auch meine letzte Folge sein, weil langsam lässt meine Konzentration nach, um ehrlich zu sein. Ähm. Da habe ich aber schon ein paar Folgen heute gemacht. Ich sage ja, langsam lässt meine Konzentration nach. Und dann, ähm, werde ich hier... Ah, ich habe irgendwie den geschlossenen Kreislauf jetzt abgebrochen. Äh, Zyklus kann man das ja nicht nennen. Da, schön. Passt mir... Ja, nicht so schön, aber das passt mir gut. Da. Genau. Dann geht es hier noch einen Weg. Ja, hier kann ich auch doppelt. Hier sind vier, genau. Äh, es muss alles passen. Ich hoffe, dass es... Ich werde mich irgendwo verbaut haben, auf garantiert. Wenn ich mich mal nicht verbaut hätte, dann wäre ich nicht ich. Ein Fehler, ich bin ja nur ein Mensch, ich kann Fehler machen. Genauso. Ja, das habe ich immer richtig gemacht. Drei, vier, fünf da. Drei, vier, fünf. So. Ähm, hier weiß ich gar nicht, ob... Da. Ja, ich kann hier was machen. Stimmt. Hier könnte ich was machen. War ja bloß bei diesen Dreierstraßen, wo ich da nicht nix mache. Ich muss nur gucken, ob das jetzt mit da hinten auch übereinstimmt. Ich glaube zwar nicht. Vorhin war Zufall, dass das gestimmt hat. Da habe ich nicht abgezählt einmal. Und jetzt muss ich aber mal gucken, ob das so passt. So. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Dann nehme ich den äußersten Rand. Dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal geschlossen. Das ist schon mal ganz gut. Da bin ich schon mal gut dabei. Allerdings ist die Seite hier noch offen. Da. Und hier. Und hier. Und da. passt mir ganz gut jetzt hier, dass das so reibungslos läuft. Da, genau. Drei, vier. Hier. Aber man merkt die Konzentration jetzt langsam nach. Ich muss jetzt doppelt und dreifach zählen hier. Aber es ist natürlich so, wenn der Tag lang ist. Aber es ist für mich eine gute Ablenkung hier. Das mal zu machen. Ich werde mir vielleicht noch gleich noch eine kleine Kleinigkeit draben. Dann ist es auch schon kurz nach 8.00 Uhr ist es. Ich muss ja morgen um 6.00 Uhr raus. Ich habe diesmal keine Stunde Ausfall. Das hat heute so gut getan, mal bis um 7.00 Uhr zu schlafen. Ähm. Hat man nicht alle Tage. Wenn man möglichst mal bis abends unterwegs ist, ist das natürlich. Sowas von Hammer. Wenn man dann möglichst mal eine Stunde länger die Augen zu machen kann. Okay. Der Kreislauf da. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Passt mir. Dann nehme ich das hier gleich mal mit. Hier genauso. Ne, hier ist falsch. Ähm. Ich wollte mir wünschen, wenn ich... Ne, bei Minecraft eigentlich nicht. Ähm. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass Minecraft so die Grafik etwas, ähm, rundlicher hat vielleicht mal. Wie die alte. 1.12.2. Die ist wahrscheinlich schon uralt. Die Version. Aber diese, ähm, Versionen sind eben so aufgebaut. Jetzt muss ich gucken, wo hier noch was fehlt. Ich weiß, dass irgendwo noch was gefehlt hat. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon durch bin. Das würde mich natürlich freuen, wenn ich jetzt hier durch wäre. Aber ich glaube es nicht. Ich fliege hier einmal rum. Genau. Hier war ja das Stadion. Und dann muss ich jetzt hier lang. Das ist bestimmt irgendwo eine Reihe, die noch nicht fertig ist. Mal hier hinten lang genauso. Wie es sein soll. Also im Moment, stimmt das noch? Mit dem Helikopter. Auch hier stimmt es noch zum Dorf. Ähm, gut. Dann muss ich jetzt hier vorne hin. Das sind ja die beiden Hochhäuser. Genau. Dann geht es jetzt einmal hier lang. Hier habe ich ja auch beidseitig. Nee, da war ja nicht. Ähm, hier habe ich auf jeden Fall. Nee, von da kam ich ja. Das muss ich mal hier lang. Das waren ja die Wohnhäuser, wo die Leute auch drinnen wohnen. Genau. Hier habe ich auch gemacht. Hier war ja nur einseitig. Hier fehlt noch der komplette Straßenzug. Da muss ich mal gucken, ob hier nicht noch irgendwo was war. Hier, die Dinger sind auch gar nicht verbunden miteinander. Die müssen auch noch verbunden werden. Da habe ich ja angefangen. Und das ist noch gar nicht miteinander verbunden. Also ich habe ja nur die Hälfte bisher geschafft. Aber ich werde erstmal hier die Laternen und so weiter alles fertig stellen. Und ähm, hier die Straßen. Die werde ich jetzt noch schnell offline fertig machen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich hier das hinbekomme. Juti, dann erstmal viel Spaß noch und bis gleich. Obwohl ich werde morgen weiter spielen. Online. Und ähm, aber wir sehen uns ja dann in der nächsten Folge. Bis denn.